Hallo Kackbratzen! So you made it, Decepticons! You'll have to face me now! Prepare to be hurt! Ichiban Das Spiel ist nahezu unbekannt, nicht nur, weil es nie außerhalb Japans veröffentlicht wurde, sondern auch weil es zu einer Zeit auf den Markt kam, in der das Leben der Super Nintendo schon beinahe abgelaufen war. Da auch nur sehr wenige Exemplare hergestellt wurden, muss man für diese Perle heutzutage auf Ebay einige hundert Schleifen locker machen, weshalb ein Besuch in Romhausen wohl die einzige Möglichkeit ist, noch irgendwie an das Spiel zu kommen. Auf den ersten Blick sieht Dea Tonosama Appare Ichiban auch irgendwie wie ein Klon von Pocky und Rocky aus, oder Kiki Kaikai, wie der Titel in Japan genannt wurde. Der Vergleich passt auch, da es sich ebenfalls um einen Top-Down-Prügler handelt, der mit zwei verschiedenen Charakteren gespielt werden kann. Allerdings könnte Dea Tonosama Appare Ichiban eher einen sehr schlechten Fiebertraum entsprungen sein. Vielleicht liegt das daran, dass es neben dem schrägen Humor und obskuren japanischen Bezügen auch sehr sehr kitschige homoerotische Elemente gibt, ähnlich wie in Choaniki. Die Hauptdarsteller sind verweichlichte Nulpen, die sich in muskelbepackte Kerle verwandeln können. Es gibt auch kaum weibliche Darsteller im Spiel und man trifft zuhauf auf stämmige Anabolika-Typen, die gerne ihre Muskeln in sehr anzüglichen Posen zur Schau stellen. Die Geschichte von Tonosama spielt im feudalen Japan und erzählt von einer mysteriösen Macht, die die Welt erobern möchte. Damit aber nun die Welt nicht komplett den Bach runter geht, treten nun zwei adelige Burschen auf die Bühne. Zum einen haben wir Bacadono, den Lord Dummkopf. Er ist der hirnlose Sohn des einstigen Feudalherren. Er verbringt den Tag am liebsten mit faulenzen und sehr fragwürdigen Hobbys. So färbt er sich seine Zähne schwarz und schminkt sich auch eine No-Maske, was traditionell allerdings nur verheirateten Frauen vorbehalten ist. Dies missfällt dem Geist seines verstorbenen Vaters allerdings so sehr, dass er deswegen aus seinem Grab zurückkommt, um ab und an in den Körper seines Sohnes zu schlüpfen, damit die Welt nicht gleich nach fünf Minuten in den Arsch geht. Donos Lieblingswaffe ist der Tessen, ein japanischer Kriegsfächer, der allerdings nur eine sehr geringe Reichweite hat. Zu ihm gesellt sich Baka Uji, der Prinz Dummkopf. Der ebenfalls leicht homoerotisch angehauchte Dendi ist ein französischer Prinz, der einst an der Küste Japans gestrandet ist. Seine Leidenschaft ist der Tanz und ist von daher auch fluffiger unterwegs als sein Freund Lord Dummkopf. Seine bevorzugten Waffen sind Rosen, die er in alle Himmelsrichtungen feuern kann. Sein Angriff ist zwar viel schneller, aber insgesamt auch viel schwächer. Und auch der Prinz kann sich in seinen muskulösen verstorbenen Vater verwandeln. Nachdem man seinen Herzprinz seiner Wahl ausgewählt hat, kann es auch schon losgehen. Zuvor muss man sich noch für eine Ninjutsu-Magie entscheiden, mit der man während des Spiels für ordentlich Krawall sorgen kann. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um intelligente Bomben, die auf den vier Elementen Feuer, Luft, Wasser und Donner basieren. Da die beiden Töften-Burschen adelige Faulpelze sind, haben sie natürlich unterbezahlte Diener, die den Zauber dann ausführen werden. Lord Dummkopf zur Seite stehen kernige Ninjas und Mädchen mit Hasenohren, während unser französischer Prinz Butler und süße Dienstmädchen mit in die Schlacht bringt. Abgesehen von der Thematik rund um die zwei warmen Brüder gleicht der Tonosama Aparo Ichiban der Gameplay-Mechanik von Kiki Kaikai wirklich wie ein Ei dem anderen. Auch das Level-Auswahlmenü hat man anscheinend beinahe 1 zu 1 kopiert. Der grafische Stil unterscheidet sich nur ein wenig. Er ist weniger niedlich, dafür etwas realistischer und kommt mit dumpfen Farben daher. Aber dennoch bietet Tonosama wirklich eine Auswahl schön gestalteter Level mit Reißfeldern, einem stimmungsvollen Himmel, bis hin zu den schön gestalteten Korridoren des Tokugavas-Palast. Die beiden Jungs können angreifen, springen, einen kurzen Sprint machen, um Feinden und Projektilen auszuweichen und Magie einsetzen. Beide verfügen außerdem über einige Spezialbewegungen. Die sind aber in der Regel komplett nutzlos, da die Ausführung eine Ewigkeit dauert und bis endlich mal was passiert, haben uns die Feinde bereits alle Zähne eingeschlagen. Auf dem Controller gibt es dann noch einen Knopf, der zu Beginn völlig nutzlos erscheint, da unsere peiden Purchen nur dämliche Posen ausführen. Das ändert sich aber dann gewaltig, wenn die am unteren Rand angezeigte Prozentzahl durch das Erledigen von Feinden über 50% steigt. Drückt man nun die Poser-Taste, verwandeln sich unsere dürren Waschlappen in ihre muskulösen Väter, die dann wie der Hulk durch das Level wüten werden. Die Fleischberge lassen sich ebenfalls so einfach steuern, wie ihre schwuffigen Söhne, allerdings verzichten sie vollständig auf Waffen. Stattdessen teilen die Anabolikageister buchstäblich flammende Schläge aus. Auf den ersten Blick scheinen die Muskelprotze in diesem Zustand unendlich mächtig zu sein. Aber der Anschein täuscht. Jedes Mal, wenn sie getroffen werden oder man den Schlagnopf drückt, sinkt die Prozentanzeige gegen Null. Angriffe und Treffer verbrauchen also Energie und hat man das letzte Gramm verbraucht, muss man wieder mit den schwachbrüstigen Söhnen Vorlieb nehmen. Eingesammelte Items und besiegte Gegner erhalten den Muskelmodus aufrecht, sodass man ein Level sogar in dieser Form beenden kann, womit es dann sogar einen Bonus-Screen gibt. Die Väter verfügen außerdem über einen besonderen Verzweiflungsangriff, bei dem sie ihre gesamte verbleibende Tonosama Great Energie für einen einzigen extrem kraftvollen explodierenden Schlag verbrauchen, was für einen gewaltigen magischen Angriff sorgt. Diesen enormen Gewalttakt sollte man vielleicht eher für Bosskämpfe reservieren. Die Lackhafen von Söhne werden während der Kämpfe naturbedingt eine Vielzahl an Treffern einstecken müssen. Damit man aber nicht allzu früh den Löffel abgeben muss, gibt es in den Level einige Snacks, mit denen man seine Gesundheit wieder auffrischen kann. Lord Dummkopf bevorzugt Tempura-Häppchen, während unser geistig überforderte Prinz kleine Biskuitkuchen einverleibt. Nimmt man die jeweils bevorzugte Nahrung der beiden Arschkrampen zu sich, wird die Hälfte der Lebensenergie aufgefrischt. Nimmt man den falschen Snack zu sich, holt man gerade mal einen halben Punkt an Energie zurück. Das ist im Prinzip auch schon alles, was man zum Gameplay wissen muss. Auch wenn Dei Tonosama Apare Ichiban 2 so illustre Charaktere bietet, wird man sich wohl in erster Linie mit Baka Dono in den Kampf stürzen. Da im Spiel die Beweglichkeit nicht wirklich eine Rolle spielt und es in erster Linie darum geht so viel Schaden wie möglich auszuteilen, ist Dono der Mannfrau eurer Wahl. Das macht sich auch bei den Bosskämpfen bemerkbar, da es hier auch keine wirkliche Strategie gibt. Man prügelt auf die Tasten und versucht die Geplänkel mit Rohrgewalt und nicht mit Hirn zu lösen. Es gibt nur einen Gegner im Spiel, bei dem man mit schnellen Schlägen in die Fresse keinen Blumentopf gewinnen wird. Beim absolut nervigen Kampf gegen den Sultan auf seinem fliegenden Teppich wird man nur dann gewinnen, wenn man die auf dem Bildschirm verteilten Ölfässer in dessen Richtung ballert. Grundsätzlich ist die Tonosama Apare Ichiban kein schwieriges Spiel und dieser Tonosama Great Modus nimmt der ganzen Prügelei dann auch noch den letzten Schrecken. Die muskulösen Väter sind imstande selbst die schwierigsten Bosse in Sekunden zu breit zu schlagen. Manchmal ist sogar nur eine einzige Backpfeife nötig und der Kampf ist schon gewonnen. Im Muskelmodus verliert man auch keine Lebensenergie und fällt man ins Wasser, erleidet man nur minimalen Schaden an seiner Tonosama-Anzeige. Für den geübten Spieler bietet Dei Tonosama Apare Ichiban absolut keine Herausforderung. Die Prozentanzeige wird im Nu aufgefüllt und mit Gameplay-Techniken wie den intelligenten Bomben, den Verzweiflungsangriff und unendlichen Continues kann das Spiel auch von all jenen durchgespielt werden, die schon als Kind zu viel Lack gesoffen haben. Was auch ein wenig lächerlich ist, ist dass man schon zu Beginn direkt zum Boss springen kann. Wer sich im Spiel keinen Fehler geleistet hat, darf sein Können in zwei verschiedenen Bonusspielen unter Beweis stellen. Im ersten Bonuslevel gilt es so viele Onigiri wie möglich zu zerstören, während man im zweiten Spiel die absurden Posen eines Bodybuilders mit Hasenohren in kürzester Zeit nachahmen muss. Das ist vielleicht der Höhepunkt des Spiels. Als Belohnung winkt entweder ein zusätzliches Leben, was bei dem ohnehin schon niedrigen Schwierigkeitsgrad eine Verschwendung ist, oder man erhält eine zu 100% aufgeladene Tonosama-Great-Anzeige, mit der das nächste Level zum Kindergeburtstag wird. Wie gesagt ist Dei Tonosama Apare Ichiban rein technisch gesehen nicht das beste Spiel aller Zeiten und grundsätzlich kann man auch beide Pfade in wenigen Minuten durchspielen. Was aber diesen Titel so auszeichnet, ist seine extrem bizarre Präsentation. Mal abgesehen von unseren zwei ganz speziellen Hauptdarstellern, werden wir auf eine Vielzahl an seltsamen Gegnern treffen. Und auch das Level-Design ist absolut gut umgesetzt worden. Die Grafik haut jetzt zwar heute keinen mehr aus den Socken, aber insgesamt gibt es doch so viele Details zu entdecken, die das Spiel eigentlich ganz liebenswert machen. Die Musik ist im Prinzip ganz fetzig und passt zur Thematik. Mit der Zeit werden die immer gleichen Beats aber einem auf den Zeiger gehen, bis einem das Blut aus den Ohren laufen wird. Das Ganze wird dann noch schlimmer, wenn sich die beiden Waschlappen in ihre Väter verwandeln. Es gibt eigentlich keinen wirklich guten Grund, warum man Dei Tonosama Apare Ichiban spielen sollte. Es ist eigentlich ein unterdurchschnittlicher Pocky und Rocky-Klon mit homoerotischen Überzug. Wie immer blüht auch dieses Spiel dann auf, wenn man es zu zweit im kooperativen Modus spielt, um den Spaßfaktor maximal ausreizen zu können. Ansonsten ist Dei Tonosama Apare Ichiban nur eines von vielen Beispielen, wie seltsam japanische Spiele auch schon auf dem SNES sein konnten. Wer aber das Genre mag und auch einen etwas verwegenen Geschmack hat, sollte unbedingt zugreifen. Das Spiel wird eure grauen Zellen nicht allzu viel beanspruchen. Man muss den schrägen japanischen Humor einfach auf sich wirken lassen und allein dafür muss man diese Perle einfach lieben. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritratolala